hey leute willkommen zu einer neuen folge von minecraft skyplanes an diesem wunderschönen dienstag oder auch nicht ja im moment ist es ja relativ zumindest so ist es mir bekannt der mitte von thüringen für deutschland bewölkt und regenlastig ich fahre mir jetzt schon mal ein bisschen clean stone was sich wie viel brauchen wir denn ich würde sagen leute ich vergesse es immer in letzter zeit intro ab so leute ist jetzt mitten dabei die stone hier für den kenner zu fahren du besorgst ja schon genau ist es eigentlich im grunde auch was meister ist schon ein bisschen wird also verrückt noch eine frage wie wie viel blöcke soll ich dann eigentlich in die wand rein buddeln wir bauen die technik doch in die wand machen wir zusammen das könnte ich so auch mehr oder mehr clean stone farm aber mal 10 mal ok mach erst mal vier blöcke drei blöcke die wand also hier kommt die kiste hin 1 das müssen drei blöcke sein 2 ja ich habe gerade auch gezählt ich verkaufe karteisen denkst du die höhe von 3 reicht oder reicht auch eine höhe von 2 höhe von 3 hat maxi hopper schnapp gegeben warte mal damit das auf bodenhöhe ist mache ich es so was das ist ein intro lief doch schon es lief doch schon es sind ja aufgepasst leute er hat sich aufgepasst wie eben gesagt haben intro ab ach mach doch nichts damit die kiste nicht so weit oben hängt der bodel das bisschen weiter unten die erbe um einen block um genutzt sein ich ja viel 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 mehr redstone benötigen wir für den keller kannst du noch mal ein paar erfahrungsflaschen mitbringen hätten wir doch nur die also könnte ich so mal der speziale reparieren aber wie ich sage wer dies hat der der ist reich wer selber nur ein tier hat weil das ist selten ist auch selten hier sind wirklich drei die jürgen du bist reich wo hast du das was du auf der niedrigsten höhe oder wie direkt als der nether residers war habe ich streckt alles ausgelostet wow oder so genau so ok ich weiß ich weiß jetzt wo ich mein redstone hingepackt habe zum glück war das nur wenig was ich bis jetzt gefahren hatte ok da muss ich disconnecten aber ja warte 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 so ich gebe mir bescheid und disconnecte ich schläben ok gut und tach tach gut ok ok ich würde dann nochmal nochmal irgendwie finde ich es besser wenn das nicht direkt an die wand an grenze auch vom design her was dann mache ich mal von hier bis hier ich habe gerade einen eisenwolle angeschossen werden den er verbrannt hat ok ich habe den fegel gekriegt und ich glaube auch cool ah sehe ich gerade ja ich bin da unten drinnen ja wir sind ja hier zu zweit gerade Max hilft auch mit ja er hilft auch mit mir kommt irgendwie die Musik mal wieder so laut vor welches buch ein buch zum lesen ja bücher sind zum lesen da die heutige jugend hat manchmal schon vergesst was bücher sind was ist fett ich habe irgendwas mit fett verstanden ja es gibt doch fette bücher da braucht man extrem lange um die zu lesen ja gut ich habe da vergessen eins mehr wir können jetzt hier schlafen wir können jetzt hier schlafen achso du hast wett in platziert ok finde ich gut finde ich wirklich gut so ich finde die vanillabetten cooler rote wolle zuerst die vanillabetten oh ja du hast die vanillabetten gemacht da sind ja alles vanillabetten aber das ja aber wir nennen es ja vanillabetten aus dem Grund weil es die alten sind weil sie die roten sind genau du müsst noch einen block höher machen gell das ist mit absicht so so niedrig das reicht auch von der Höhe oder ja das reicht auch von der Höhe guck mal hier kommen zwei kisten drauf eigentlich wieso willst du zwei kisten übereinander so kommt das dann ich brauche vor ich brauche äh bisschen so wir sind dann einmal trocken weil ich brauche das erste segment davon schon mal ähm ja maaro vor fly ich bin hier einfach nur über den block gesprungen ja das plugin hat oh nice tut mir leid ich habe gerade wieder von eis ablenken lassen zeig mal das erste modul damit ich sehe wie du es sogar haben willst damit ich dann auch verstehe warum du es so haben willst wie du es haben willst wieso baust du die technik wait ich muss gucken wie ich es gebaut habe wieso warte mal her äh so warte mal gib mal mit dem fahrer her fahrer ein bisschen redstone und äh eigentlich ja genau genau da ne nein ja genau ich muss die kiste befahren wieso muss ich die kiste befahren nein damit die kiste blockiert wird ja wäre ganz freundlich nice ich kann endlich mein inventar ein bisschen lernen hier ist eine kiste ja gefunden wer es gefunden hat darf es behalten ok ich brauche hat jemand ein bisschen redstone redstone ne ich warte eigentlich ich will auch mal mein konzept bauen hast du ah hast du ein bild geschickt ok mach mal die was machen wie so macht man die die funktioniert auch ich hab sie schon mal probiert wo hast du schon geschickt das gott ach jetzt seht nicht wollen ach so wie ist das baulich hätte anders gebaut und zwar das ist ja band drin ist dass man es nicht sieht nein so brauche ich das doch genau so ist es in der wand ok jetzt so warte mal leute bis gleich so leute es geht weiter und zwar wir haben uns endlich auf eine variante geeinigt ne filter variante ähm wie heißt die filter genannt filter 1 gibt es ja auch in zukunft filter 2 3 und 4 oder wie ne ne aber falls wir noch ein lageresystem machen jo also wir werden da auf jeden fall alle automatischen farm auch bodenmeer und so was wir da haben was wir noch machen werden werden wir alles dann ans lager anschließen alle items werden dann per wasserhopper und ähnlichen straßen hierher befördert da redstone nicht mehr automatisch geladen wird nein das war richtig ähm nein nein da ja cook summ Modus anbau ecu euchland ich mache wahrscheinlich euch es ein sch Independ bezüß doch am bau gerade rein rein ich mache den fisch am bau gerade wieder ein cut bis gleich so leute weiter geht es mit dem fortschritt wir seht haben wir hier schon begonnen die ersten module zu bauen ich setze schon mal die nächsten hopper an die körper körperatoren was machst du mache ich was muss mit mir jeder meine arbeit weg hier hast du doch abgebaut oder höre ich mich ich habe noch acht komparatoren ja wie quatsch ich wir haben irgendwo im stack von block of quats gefunden wir brauchen rest und torches ich habe erst zwei oder drei sechs letztendlich und sticks dann kann man halt warte ich kann gleich mal sticks geben also ich hatte nämlich noch ein paar ich habe hier noch ein paar sticks hinter dir also ich finde es sieht schon gut aus wie gesagt wir werden dann noch jeder kiste ein item zu ordnen wir machen das ordnet sich auch selbst eigentlich an ja ich meine den hoppern die filter verstehst du wir machen ja das ordnet sich auch selbst an jeweils den oberen hopper das jeweilige item nur wenn du es komfortabel machen wollen also du hast dich nicht verstanden wie ich meine ich meine wir ordnen dann die filter zu also was in welche kiste automatisch reinsortiert wird also hier wird automatisch koppel, hier clean, stoves und so was? was hast du gerade gesagt was wie was gerade gesagt ich habe gesagt zum beispiel hier wird clean hier wird koppel hier wird theoretisch müsste man es einfach einsortieren also man müsste nichts machen weil sie es selbst einsortieren hast du schon über pharing gesetzt? ja ok gut äh und was ist mit den repeatern? genau das ist das letzte was fehlt ah äh ja die fehlen aber unten noch die repeater unten fehlen noch ich weiß ich pack dir doch danach rein das kommt ja noch das kommt ja noch die rumpacken die? die müssen so ok die sind so hast du noch ein paar halt nein ich habe auch ein paar sticks gut 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 ich habe keiner redstone verkehrs mehr wofür brauchen wir jetzt bitte noch redstone fucken? wir haben doch die ganze seite voll äh ich meine redstone achso ja da kann ich ja auch nicht helfen fehlt genau ein redstone ja 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 naja ok es fehlt ja auch es fehlen ja auch noch repeater oder? du hast eben alle gesetzt okay ich hole redstone 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 jeweiligen item drinne ich glaube dann machen wir item frames dran oder wir haben aber noch jemake ist die rüstung wahrscheinlich von ding sind die rüstung von den monstern hier oder and breaking mache ich mal mache mir mal auf den helm ich habe noch ein pf 2 noch über es ist anti anti-cheat tool das macht ja ein bisschen ein bisschen nervig ok leute es gibt für euch noch mal kart bis gleich so leute wisst ihr was mir gerade fällt und zwar wir müssen hier oben muss ja noch eine hopperstraße hin also was muss ich hier alles frei buddeln wir müssen dann die einzelnen cleanstones noch aus den hoppern entfernen aber das fällt mir nämlich gerade noch so auf dass hier da die hopperstraße hin muss hopper mal genug hopper habe ich auch noch 55 stück im eventar noch 33 mal ändert was sie ist doch aber mir ist gerade halt eben aufgefallen hopperstraße muss hin und da würde ich das hier mal schnell frei wer also wegen könnte sein kann es also immer wieder nicht zugehört habe dann tut es mir leid kann auch sein dass ich nur gedacht habe ich weiß es nicht also gibt es auch das gibt es auch oft sich dinge denken und dann im nachhinein denken dass man es gesagt hat ich wiederhole mich wenn man denkt dass man redet dass man denkt dass man ich verwirre mich so selber ein glas was glas wofür brauchst du glas ein schönes design über den kisten dass wir über die kisten dann glasblockern machen kann man mit wegen glas drüber eine kiste öffnen oder war da nicht was wegen gesperre glas kannst öffnen glas kannst öffnen glas kannst öffnen okay wachter bist du ja schon wieder ich bin schnell ich bin auch schon wieder da mit redstone okay ich mach hier mal eine hopper anbindung und zwar mit dem tod im ende das wird da in zukunft lass das tote ende lass das tote ende einfach dass wir da dann erstmal eine kiste reinmachen können mit den items die da noch keine zuordnung haben mach ich doch grad echt angebaut ist da ok die ordnung kiste ist da Leute ich mach das mal schnell noch einen cut für euch bis gleich so leute ähm also wir haben jetzt die hopperstraße fertig du machst jetzt einen test wirst du vor der eisem rein ich gehe hinten hin und gucke so ähm ich mach mit dir statt rein äh wo ist die kiste wo es hinkommt ganz hinten ganz hinten ich gehe ganz hinten sein also hier ist ein fehler hier ist ein fehler hier ist ein fehler aber da ist nicht drin mir fällt mir auch da ist ein fehler mir fällt mir auch da ist ein fehler cheat tool ok 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 prüfe auch mal alles durch wo ein fehler ist hier ist nichts hier ist nichts hier ist auch nichts ähm scheint im grunde doch alles in ordnung bisher oder ich gucke ja auch noch mal also ein fehler habe ich schon gefunden macht gleich noch mal einen test einfach da eben abgebaut ist es hier und geht es nicht ich hätte auch mal können muss mich nicht so anschnauzen eine fresse dein ernst das war ich nicht okay test start nix nix ich habe noch nicht eingepackt nichts du musst die ganze zeit gucken noch einmal ein test und mit diesem erfolg beenden wir diese episode also leute das übliche wenn euch diese episode gefallen hat ihr wisst was zu tun ist und naja ich will nicht groß und heißen brei reden es ist spiel am abend die episode soll für euch natürlich pünktlich kommen und ich bin auch so ein bisschen müde geworden derzeit also nur sagen ciao leute bis zum nächsten video und heute darf wieder noch den schlusswort sagen wir rat ok gut dann ciao ciao abonni abonni b Untertitelung des ZDF für funk, 2017